Oder? Gronkh? Machst du? Ja, verdammt. Ja, hast du recht. Okay, wir fangen an, du machst die Anmoderation. Achtung, die Aufnahme startet jetzt. Warte, 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 warte. Hobschnupfe, krobschhobschürzinger. Hm. Boah. Also ich nehm schon auf. Na, machst du gar nicht. Doch. Hm. Tönt' ich nicht. Der Gronkh wollte ne Anmoderation machen. Hm. Leute, kauft euch Sesamstangen. Das ist das Beste von der Welt. Das stimmt. So, ich nehm auch schon mal auf. Ich nehm übrigens auch auf, aber macht ja nix. So. So, herzlich willkommen bei Cube World. Warte, ich muss doch diesen riesen Popel aus der Nase ziehen. Wir können doch nicht loslegen mit der Aufnahme. Das sieht man ja nicht. Achso, na gut. Ich bin nicht dein Popel. Was? Was? What? Achso, man kriegt, ach man ist verwirrt, wenn man runterfällt. Ja, dafür Falschaden. Ja. Ja, das läuft bei mir noch unter Verwirrung. Hier Rami, wenn du den Oga angreifst, kriegst du viele XP, ne? Ja. Sehr viele. Meins. Sehr, sehr, sehr viele. Ja, das auch. Süd, äh, was war das? Osten. Sexuelle Verwirrung. Ne, äh, hier Südwesten waren mal. Südwesten, Südwesten, Südwesten. Ah, halt, halt, warte, die Kaninchen bringen wir nicht um. Rami, warte kurz, warte, 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 warte. Ich hab was für dich. Ne, hab ich ihm schon gegeben, er hat ne Karotte. Äh, äh, Karotte, wo ist denn hier Karotte? Da gehst du, drück mal auf I, genau. I, ja, hab ich, genau. Und dann hast du in den Tab mit dem Kätzchen, hast du die Karotte, ne? Ah, wo, äh, wo packt man die hin? Bei Pet unten rechts. Also ich mein jetzt im Inventar, ach cool. Kannst du mal... Das sieht überhaupt nicht bescheuert aus. Das sieht voll bescheuert aus. Ich hab ne Karotte. Das sieht ganz, das sieht ganz falsch aus, mein Junge. Das sieht ganz falsch aus. Aber du hast, hey! Oh, das erste Hälfte. Oh, das süße und tote Skelett mit nem Mädchen. Erstmal ne Karotte durchziehen. Ich möchte gerne das Kaninchen auch untot haben. Wenn das geht, ah, äh, wie kann man da drauf? Tee, drück mal Tee. Tee, äh, das war das falsche Tee. Tee, Tee, Tee. Lass doch da, du hast es doch. Achso, läuft jetzt einfach neben dir her. Achso, ach schön. Ich dachte, da kann man sich auch drauf schwingen. Noch nicht, das muss ja erst killen. Achso. Kannst du mal bitte nachgucken, Gronkh, was Lemon Tart ist? Was für ein Vieh das ist? Lemon Tart, Lemon Tart, Lemon Tart mir sehr leid, weil er ganz alleine war. Lemon Tart, warte. Lemon Tart, äh, Lemon Beetle. Ah cool. Lemon Beetle hab ich noch gar nicht gesehen, glaub ich. Lemon Beetle? Ich seh immer nur die Beetles, die uns auf die Fresse hauen. Alter Rupple. Oder die, die Beatles mit Opladi, Opladar. Oh. Du meinst der Ringo und der John? Ja. Und, äh, die anderen zwei. Ringo Starring, der andere da. So. Paul McCartney, kennen wir noch? Und wie hieß er, der, der Vierte? Paul wer? Nein, war ein Witz. War ein Witz. Oh, da hinten ist eine Reisegruppe. Wahrscheinlich der, der am Ende da aus den Bildern rausradiert wurde. Eine Reisegruppe. Aber da ist auch ein Ogre, da ist auch ein Ogre. Warte, da ist ein Ogre, wir sollten ihn doch nicht angreifen. Was? Wo, Ogre? Da oben war grad ein Ogre. Oh, hier. Ja. Oh, danke. Na gut, dann weiter nach Südwesten. So, also, Beetles wurden rausretuschiert. Ich wusste gar nicht, dass da eine rausretuschiert wurde. Nein. Nee, nee. Aber da gab's doch einen, ach nee, das war noch, noch was anderes. Ich verwechsel mich. Gibt es, gibt es einen unbekannten Beetle oder was? Außer den VW-Beatle natürlich. Ja, es gibt doch so Theorien und alles, aber ich kenn mich damit auch nicht so gut aus. Verschwörungstheorien oder ein fünfter Beetle oder was? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja auch eine zweite Bundeskanzlerin, das weiß keiner. Die wohnt bei Angela Merkel auf dem Rücken. Und die heißt Mangila Erkel. Genau, ich sehe... Na ja, auf dem Rücken ist die Opposition, ne? Oh Mann, das war mein Bruder! Ja, jetzt nicht mehr. So, jetzt hab ich noch irgendwas. Jetzt hast du mehr zum Erben, sei froh. Ich muss mich extrem angewöhnen, hier überall drauf zu bauen. Oh ja, wir müssen den Rami mal ein bisschen draufkloppen lassen. Ich laufe am besten vor, schickt mich einfach vor. Genau, hier, die Gemüse-Dinger da vorne, die kannst du schon mal angreifen. Da unten, die Onion Rings, da unten. Die Zipfelchen. Hau mal auf jeden bisschen drauf. Warum laufen hier eigentlich so? Bitte was, Alter, was? Was hast du gerade gesagt? Was ist das denn da hinten? Ach nee, hier ist unser Puller. Achtung, Puller-Alarm! Ja, aber echt! Oh Gott. Huch! Alter, hab ich der denn her? Hab ich... hab ich grad stark auf. Geil, wie sieht der denn aus? Alter! Unfassbar. Aha, okay. Hier liegt Kotze rum. Was? Achso, das sah nur so aus. Was? Was das denn da hinten? Weil die Pixel sozusagen zusammenfallen. Ein Peekock! Ein Peekock! Das ist ja geil aus. Den guck ich mir grad mal an. Den haben wir schon mal vorbeigelaufen. Cool! Hab ich noch nicht gesehen. Schön ist der! Jetzt nicht mehr! Leute! Was? Bisschen Tierliebe vielleicht? Hallo! Gibt's hier nicht. Tut mir leid. Ist nicht vorhanden in... Boah. Aber hier... Untotenliebe. Aber hier lag noch etwas. Untotenliebe klingt auch sehr falsch. Ja, ja, ja. Oßen tut das weh. Das reibt immer so. Unser nekromantischer Puller. Und es klappert. So, wir kommen näher zu den Katakomben. Die müssen hier irgendwo sein. Noch ein Kickcock. Oh, Bani. Wunderbar. Boah, ey. Der... Der... Der Rami hat in seiner zweiten Folge schon ein Pet. Unfassbar. Da schämen wir uns. Oh! Drei Wizards! Drei Wizards! Aber gut! Ich meine, ich muss euch ja auch nicht einholen. Lass mich... Alter! Jetzt hab nicht mehr ich geschafft anzugreifen. Entschuldigung! Oh! Dafür bin ich auch tot! Ach so! Zurecht! Wo bin ich denn... Ja, die Wizards sind ja immer so ein bisschen... Die sind ja so... Weißt du ja... Die sind schon sehr krass. Äh, sag mal... Was war denn jetzt deine... Deine... Deine Spezialfähigkeit hab ich jetzt gar nicht gesehen, glaube ich. Meine? Wo ist ein Sarraza? Äh, die hab ich auch nicht wirklich zeigen können. So, das sieht man halt nicht. Wo ist Sarraza? Wo ist Sarraza mein treues Pferd? Hast du's so genannt? Da ist es ja. Ach, sehr schön. Ach, krass. Wir haben die Katakomben gefunden. Ja, warte, warte. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin in der Nähe. Wie sieht das denn aus? Geht nicht ohne mich rein! Geht nicht ohne mich rein! Ich bin so groß als bei euch auf dem Channel. Oh, oh. Huah! Alter! Plus eins! Ja, irgendwie halt... Weiß ich auch nicht, aber so schwer sind die nicht. Level up! Yeah! Grätz! Oh, ich bin tot. Alter! Ich bin level tot. Level tot! Geil! Boah, das sieht doch cool aus. Da kommen nur die Besten hin. So, jetzt musst du nochmal reinkommen. Ach, überall. Ja, ich muss noch einen Bami warten. Genau. Ah, Gottchen. Wo hänge ich denn jetzt? Eine Bombe! Hier ist eine Hornisse. Die können wir nochmal kurz angreifen. Was ist das denn hier? Äh, ich hoffe, ich ziehe jetzt keine andere Kiefe hier an. Ich habe meine Hasen angegriffen. Vergessen! Huch! Ach, Bunny, hallo. Oh, ich bin so neugierig. Ja, und die ist bei euch so da? Alter, das kann doch nicht angehen. Ich habe wieder vergessen den Scheiß. Meine App loslaufen zu lassen. Ach so. Ich auch. Ey, die Katakomensinn ist einfach nur ein Gebäude hier, oder wie ist das? Das wird sich zeigen. Ich glaube, die werden sehr tief reingeben. Das sieht von der Seite so aus. Spinnenweben, juhu! Cool. Ist hier ein Schloss oder? Ne, ein Totenschädel? Ne, das sieht so aus wie so ein Schloss mit Totenschädel. Hier ist übrigens ein Dingens. Ach so. Ein Heiltrank liegt hier rum. Ist hier ein Thermometer? Ne, eine Kette. Ein Thermometer ist auch geil. Wunderbar. Was? Was? Muss ich die Iron Lamp irgendwie ausrüsten eigentlich, damit ich... Ja, 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 ja. Muss ich das machen im Inventar. Was? Wir sind schon wieder tot. Oh. Ja, da musst du aufpassen. Du musst ein bisschen nach hinten gehen. Oh, Alter. Wir machen sowas. Außer mir. Alter, nein, nein, nein. Heiltrank, Heiltrank. Oh, ich habe eine Bombe gelegt schon wieder. Scheiße. Hä? Wo ist ich denn? Bin ich zu? Boah, ich komme gar nicht so schnell hinterher. Okay. Ich glaube, ich bin woanders gespawnt. Einfach nur aus Solidarität. So, hast du einen Tod sehr gut. Ja, so. Ja, ich habe einen Tod. Da seid ihr auch wieder, ne? Das ist schön, ihr seid zu ruhig. Wie kann das sein? Fehler. Fehler. Fehler normalerweise gewohnt. Ja, meistens ist das dann, äh, ist mit der Verbindung irgendwas schlecht. Aber, äh, anscheinend nicht. Hatten wir auch schon, hatten wir auch schon. Ja. Aber es ist schön, da redet man dann gegen irgendeine Wand an und man, und der andere antwortet nicht. Man redet weiter. Der andere macht genau das gleiche. Wie unhöflich. Ja, ja. So. Aber man hört es halt nicht. Oh. Vorsicht, hier unten ist eine Falle. Wo bist du denn? Ey, hier ist ein Gang runter, aber das ist eine Falle. Warten wir mal lieber auf den Rami. Ich kann nur so kleine Lichter am Ende rumlaufen. Ich bin doch schon da. Super. Hallo. So, und jetzt, und jetzt. Hoppala! Äh. Und, äh, tot, weil der Antrieb ist. Ein Wehrwolf. Alter, es geht doch. Äh, was ist denn da drin? Aha. Einer ist weg. Oh, ne. Alter, ich muss kurz was trinken. Ja, mach mal. Alter. Ich bin doch. Ich kann hier nicht heilen, weil das ist zu, äh, zu, verwirrend. Boah. Yeah! Yeah! Huch! Oh, Alter, wo kommt der Andert her? Scheiße! Nein! Ich bin tot! Das darf doch nicht wahr sein! Den Dicken gekloppt und dann... Dein Pferd ist auch weg. Ich bin ganz allein in den Katakomben. Nein! Was ist mit Sarats Haar? Jetzt vergiss doch mal Sarats Haar. Es ist zu spät. Mein treues Ross. Meine kleine Stute. Aber es ist zu spät. So, ähm, die Iron Lamp ist aber eigentlich bei meinem Leib drin. Ich hab irgendwie nicht das Gefühl, dass da so viel mehr... Ne, die ist nicht, die ist nicht sonderlich besser. Wuii! Mhm. Der Weg hier rein ist immer so lang. Mhm. Das stimmt. Also wenn man halt... Also ihr müsst halt... Ihr müsst halt einfach ein bisschen früher auf euer Q drücken, damit das nicht passieren kann. Ja, gegen Schlechtmechaniken, die ich erst noch mal erlernen muss. An der Front ist auch schwierig manchmal. Also die roten Heiltränke, die sind auch einfach, äh, besser und schneller. Als alles andere. Also die Ginseng-Soup, die dauert viel zu lange. Die kann man nur im Lager aus, äh, testen. Da ich das noch nicht gewohnt bin, ist die Lebensanzeige und sowas noch recht uneinsichtig, was ich da hab. Das rote unten. Ja, ja. Aber es ist nicht so, so ein... Ach so! Mensch! Das ist nicht so eine rote Kugel, die einem... Alter! Hilfe! Was ist denn jetzt los? Der Gronk pult wieder irgendwas. Hilfe! Nein, nein! Alles gut, alles gut! Hallo, ich komm mal vorbei! Hilfe! Hilfe! Nee, aber der ist blau, der ist blau, alter! Der ist blau, das ist alles kein Problem. Der ist sogar für mich blau. Alter, ich bin schon wieder tot! Äh, ja, ich auch. Wieso war das denn jetzt, wieso war der denn blau? Scheiße! Wie kann das sein? Huch! Oh! Neben mir ist plötzlich ein bewusstloses Pferd erschienen. Ist nicht meins. Wollte ich nicht. So. Wo ist denn jetzt die Katakombe nochmal? Es wird Nacht. Wo seid ihr denn? Ach, da! Wo ist die Katakombe auf der anderen Seite des Flusses? Du musst wissen, wo die ist, weil ich hab die ja nicht angezeigt. Na, ich gehe einfach dahin, wo ihr wart. Mal irgendwann. Also ich bin vorhin diesen Berg auch hochgeklettert. Ja. Ach! Der hier links. Der Untod ist flink! Ja. Da ist sie. So, jetzt aber mal vorsichtig und sinnvoll vorgehen. Wenig Gewicht, mehr Geschwindigkeit. Dann kriegen wir es hin. Dann kriegen wir es hin. We can do it! Yes! We can! We can change everything! Yes! We can! Endlich! Du musstest sogar hinkommen mit der Folge. Ne, musstest du nicht. Doch. Ne. 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 Freitag wäre das. Fast Wochenende. Ach, heute ist der Livestream! Der super Livestream! Heute! Livestream noch einschalten. Hier lang. Oder? Achso. Wir machen sowas. Also, stehlen. Aua! Ganz scheiße! Ganz coole Leute machen das. Oh! Hier hoch. Achso, hier geht's. Ah, okay. Oh, ne Bombe! 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 Oh, 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 oh! Hallöchen! Alter, Alter, Alter! Wuhu! Ah, ah, ah! Nein! Schon wieder tot! Was? Ah, ich bin... Du, da sind aber auch jetzt 5, 6 Leute hinter dir. Seid ihr beide tot? Ja, ich bin, äh, ja. Ich glaube ja. Huch! Ich kann die Karte nicht mehr aufrufen. Doch, ich bin nur zu doof. Okay, wir müssen... Äh, jetzt sind wir woanders. Ja, 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 ja. Man spawnet mal hier, mal da. Ja, jetzt habe ich aber keine Ahnung mehr. Kar-T. Komm, folgen sie mir. Kar-T. Oh, Alter! Wie sieht's aus? Ich kämpfe wie ein Löwe. Also, nicht so gut. Ah, doch! Ich, äh, mache hier alles weg. Ach, sei der Baby-Löwe. Spiel... Spiel mit einem kleinen Bollknäu. Miau! Nein! Der verdammte Fernkämpfer hat mich weggemacht. Ach, hier. Okay. Ah! Aber ich hole dich noch einen. Oh weia, oh weia. Wie einholen? Ich glaube, das Ding ist nicht für Level 2 gemacht. Mit schlechter Ausrüstung. Ach shit, jetzt weiß ich nicht, wo ich hinlaufen muss. Ja. Ähm, Katakomben, Katakomben. Ah, da sind die Katakomben. Mensch, hier liegt ja lauter Zeug rum. Warum ist meine Fackel auch immer so schwach? Okay. Wir haben stärkere Fackeln. Ach so. Ja, ich merke das schon. Tragbare Autoscheinwerfer. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Ah. Ich räche dich beim Fernkämpfer. Ja, der Dreck hat mich echt am Ende noch weggemacht. Ja, ganz am Ende. So, oh, Entschuldigung. Rami, du musst öffne mal die Kiste ran. Hast du mir immer wieder alleine? Ja. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ah! Das gibt's nicht. Ich sterbe dauernd. Ich auch. Das kann doch nicht sein. Alter, lass mal den, den Zwergenmagier ran, der weiß was. Ja, dann mach alleine jetzt. Ja, ich schmolle. Stimmt's doch nicht. Vor allem die beiden Nahkämpfer sterben ständig. Ja, weil der Mage nie healt. Weil der immer alle umbringt. Ja, natürlich. Der Mage ist jetzt wieder schuld. Wenn ihr alleine vorlauft, dann... Ich hol jetzt mal meinen Collie rein. Wo ist eigentlich mein Collie? Dann schicken wir dich vor, dann passt das schon. In jedem Städtchen ein Mädchen. Achso, warte. Ach, wie. Ah. Hier fehlt ein großes Eingangsschild mit Blinkpfeil und sowas. Aber echt so eine Neon-Werbung. Vorsicht, tot. Was? Achso. Getränke. Ich glaub ich hab den Rumpel gerade noch gesehen. Ah, hier ist aber auch echt finster in dieser verdammten Höhle. Ja. Du meinst das Licht am Ende des Tunnels? So, was haben wir jetzt hier? Sind hier Gegner? Hier ist ne Falle. Rumpi! Warte auf uns! Ja. Hallo Rumpi! Ja, ihr seid ja schon da. Ja. Kein Grund, nicht äh... Ah! Alter, was? Was war's? Mach den Rundumschlag irgendwie. Was sind das für Dinger? Ich weiß auch nicht, die sind blau, aber irgendwie... Aber plus eins ist doch zu krass noch, oder wie? Nee, zu krass glaub ich nicht. Wir sind einfach zu unkoordiniert draufgegangen, ehrlich gesagt. Versteh ich nicht. Ah, du bist auch tot? Ja, ja. Wir sind alle drei, äh... Gieß doch, wenn ich auch so ist. Ich wollte da zu dir kommen. Bei mir ist das ein bisschen so, dass... Heilung, Heilung, bitte! Achso, ne, doch nicht. Ne, doch nicht, doch nicht. Hab mich verpeilt. Hab mich verpeilt. Hast du deinen großen Zeh hast du angehauen? Ja, aber der hat wehgetan, da muss jemanden pusten. Da kommst du natürlich wieder zum, zum Zwergenmagier, ne? Ja, natürlich, der ist ja genau Verhör. Im Kampf schwer gestürzt. Eins an der Zeh. Das ist jetzt wichtig. Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Achso, wir sind richtig. In die Katakombe rein, oder nicht? Ja, wieso lauft ihr nicht in die Katakombe rein? Ihr seid dran vorbeigelaufen. Weil ich die nicht gesehen habe im Dunkeln. Ja, da stand plötzlich die Schriftzug, aber mehr auch nicht. Ja, als ob das irgendwie ein Hinweis wäre. Folgt dem gelehrten Zwergenmagier. Ach, jetzt fängt das wieder an im Suchen. Ich bin untot, ich habe kein Gehirn. So, werden wir diese Katakombe schaffen, wir wissen es nicht. In der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir mit einem erneuten Versuch mehr Erfolg haben werden. Und ob der Gronkh endlich nicht mehr stirbt und seinem Job als Tank endlich nachkommt. Wenn mich jemand hielen würde, ob mich jemand hielt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. So, jetzt stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, 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 ja. Ja, nächste Folge. Bis dann. Tschö. Tschö. Tschö.